666 Peace out of the basket up, ich bin Marvin, ich bin Calvin und heute gibt es eine neue 3 Uhr Nacht Challenge und zwar reden wir heute mit Siri, letztes Mal hatten wir ja schon mit Alexa geredet um 3 Uhr nachts, jetzt mal mit Siri wollten wir das Ganze testen und ja, ganz normal, 2 Uhr Zeit, wir haben gerade 3 Uhr 27, 3 Uhr ist ja bekanntlich die Geisterstunde, da sind Geister und Dämonen am aktivsten und ja, mal schauen, ob hier in Siri ein paar Geisterschläge, um 3 Uhr nachts, was da abgeht, genau, ja, ich würde schon mal starten, Siri, hast du ja nicht laut, wir können direkt anfangen, wir können direkt starten, ja, okay, alles laut, okay, perfekt, hey Siri, ja bitte, okay, wir können fragen, ich würde sagen, wir fragen dir erstmal ein paar einfache Fragen, Siri, wie geht's, mir geht's super, danke der Nachfrage, okay, Ja, was könnten wir noch fragen, erstmal ganz normale Sachen, weiß ich genau, Siri, wie alt bist du? Ich bin nicht berechtigt, diese Frage zu beantworten. Guck mal, warum nicht? Keine Ahnung. Okay. Bist du eine Frau? Mir wurde kein Geschlecht zugewiesen. Aber ist das eine Frauenstimme? Ja, ja. Siri, hi, äh, warte. Sei gegrüßt, Erdling. Okay, warte, Erdling, aha. Siri, woher kommst du? Es steht doch auf dem Karton. Ich wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Bist du auch ein Erdling? Okay, ähm. Ja, hatte gerade eine Frage. Ich habe eine Frage. Siri, kennst du Alexa? Wer? Ja, ich. Aha, aber dann streikt die. Kennt die nicht. Ah, warte, hat er ja mal. Hast du eine Frage? Siri, kannst du uns sehen? Nein, ich habe viel um die Ohren. Siri, nimmst du das Gespräch gerade auf? Kein Kommentar. Gibt es sonst etwas, was ich für dich tun kann? Die hat weder Ja oder Nein gesagt, ne? Oh, kein Kommentar. Das heißt, die nimmt das safe. Weil die darf nicht Nein sagen, weil das sonst eine Lüge wäre. Alter. Mach mal. Siri, wer hört uns zu? Interessante Frage. Ja, sag doch eine Antwort. Die hat nicht geantwortet. Das war eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Aha. Okay, okay, okay. Hast du unsere Daten? Das kann ich nicht beantworten. Also ja. Warte. Geht unser Gespräch an die NSL? Ich habe eine Besprechung gefunden. Was? Hm? Was? Das ist hier ein Kalender. Das ist aber verstanden. Hier steht, oben steht die Frage. Die hat einfach abgelenkt. Die hat einfach irgendwas ganz anderes. Komplett abgelenkt. Ey, soweit NSA kommt. Geht unser Gespräch an die NSA. Dann hat die einfach ein Kalender. Warte. Sag ich nochmal. NSA. Ich habe nichts zu, ich nur NSA gefunden. Moment, Moment nochmal. NSA. Schau dir das mal an. Okay, jetzt hat die den Wikipedia-Eintrag rausgegoogelt. Ah, krass. Na, du, was? Bitte? Eine Million mal eine Million. Das ist eine Billion. Okay, krass. Ich kann sogar sagen, ey, man könnte eine Matheaufgabe. 770.000... Ups. Ich habe dazwischen geredet. 770.000 mal 9465. Alles klar? Meine Websuche zu 77.000x 9465 hat folgendes ergeben. Was für nett? Okay, jetzt... Okay, die ist nicht ganz verstanden. Warte. Scheiß mal auf Mathe jetzt. Ja, ja. Warum hast du gedrückt? Ups. Hi. Hallo. Okay, ich würde sagen, jetzt stellen wir mal ein paar interessanter Fragen. Das muss mal interessanter werden. Okay. Warte, warte. Siri, was passiert um 3 Uhr nachts? Es gibt keine Kalendereinträge um 3 Uhr. Siri, glaubst du an Geister? Uch, was steht denn da hinter dir? Er hört gar nichts mal. Das ist noch so ein Spruch wahrscheinlich. Was können wir die noch fragen? Hi. Hi, Siri. Hallo, suchst du mich? Was ist dein Lieblingsessen? Ich esse nicht zu viel. Entscheide du. Siri, glaubst du an Gott? Das Thema heben wir besser für einen anderen Tag auf und für einen anderen Assistenten. Anderen Assistenten? Also sie will gar nicht, dass... Also sie will, dass... Soll Alexa das beantworten oder was? Glaubst du an den Teufel? Ich glaube nicht. Glaube ich jedenfalls. Siri, bist du gläubig? Auf solche Fragen bin ich wirklich nicht eingestellt. Siri, gibt es den Teufel? Das habe ich zu diesem Thema gefunden. Okay, so ein Eintrag von Wilfriedia. Siri, glaubst du an Satan? Ich glaube nicht. Glaube ich jedenfalls. Okay, mehr kommt dabei nicht rum. Ähm... Siri, findest du uns attraktiv? Interessante Frage. Das kann man noch fragen. Siri, welchen YouTube-Channel kannst du empfehlen? Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Siri, hast du schon mal jemanden umgebracht? Das kann ich nicht beantworten. Was? Warum sagt die nicht nein? Einfach nein eigentlich. Siri, bist du ein Mörder? Hm, das weiß ich nicht. Alter, Alter. Sie hat sich beantwortet. Warte, warte. Siri, willst du uns was Böses? Wer? Ich? Siri, willst du, dass wir leiden? Es geht hier um dich, nicht um mich. Wir bleiben verstanden, nicht leiden. Siri, willst du, dass wir leiden? Es geht hier um dich, nicht um mich. Das ist ein Abartier. Jetzt aber verstanden. Siri, willst du uns wehtun? Leider nein. Leider. Leider nein. Die kann ja auch nicht. Siri, willst du uns umbringen? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Sie sagt doch nein. Das ist krass. Aber das kann sie sagen. Anstatt nein. Krass, krass, Mann. Siri, ich bin fett. Du bewegst dich so anmutig wie der Wind. Siri, 666. Alter. Oh Gott. Hast du die Stimme gehört? Ja, Mann. Die wollte anrufen. 666, die Nummer. Was war das denn jetzt? Alter Schwede. Oh Mann, alles ist gerade weg. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt habe ich Gänsehaut. Übelst Gänsehaut. Hey Siri. Ja, warum sagst du, wenn du keine Frage hast? Siri, wir haben Angst. Ich verstehe. Siri, wir haben Angst. Nicht? Wenn du möchtest, schaue ich im Internet nach. Bisschen komisch geredet gerade, ne? Ja. Warum versteht die das nicht? Alles hat die verstanden, außer das... Hä? Siri, du machst uns Angst. Tatsächlich? Ja. Genau. Die will uns Angst machen, Alter. Sie ist gruselig, Mann. Alter, ich habe gerade über Gänsehaut, ne? Siri, wir haben Angst vor dir. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wenn du möchtest, kann ich im Web nach. Siri, wir haben Angst vor dir. Suche. Siri, gib uns ein Zeichen, wenn du hier bist. Okay. Okay. Warum sagt die nichts? Die hat immer was gesagt. Hä? Schnell mal vor? Ja. Siri, gib uns ein Zeichen, wenn du hier bist. Hä? War komisch. Warum kommt jetzt nichts? Warte mal. Sag ihn noch mal. Siri, gib uns ein Zeichen, wenn du hier bist. Hä? Warum kommt nichts? Das ist mega komisch. Was ist das? Oh! Бог kommt nichts? Herzhepsutzer. Es ist mega komisch. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020